Man kann es drehen, wie man will. Dass Mercedes oder Benz das Auto erfunden hat in Deutschland, das ist nicht mehr abzuweisen. Wie weit die Elektrizierung und das neue Mercedes-Fahrzeug in Deutschland so richtig erfunden wurde, das wird sich zeigen. Hier oder auf Mallorca bin ich sicher, dass es gelingen wird, die Demonstration der elektrisch betriebenen Mercedes-Fahrzeuge vorwärts zu bringen. Und es wird auch so sein, dass es wieder die ersten sind.